Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Hehehe Du musst doch vorstellen ich war WTF Gut 10 Stunden nicht an meinem PC 10 Stunden alter 10 Stunden WTF Das ist tödlich für mich Ah Hier bin ich Ich denke nicht dass die Hühner bis dahinten hinkommen Ah Fail Fail Ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr Ähm netherrack aber Ich kann ja hier farmen gehen Fappen Fappen und farmen gleichzeitig Wobei das wird ein bisschen schwierig Obwohl ich könnte einfach Mit Tesafilm das habe ich wirklich schon gemacht Einfach bei meiner Maus einfach den enter Knopf festkleben Und noch mal Quarz finden While farming Wann bist denn wir mit 30 Ähm warte Warte Wait for it Wait for it Wait for it Wait for it Is this going to be legend Wait for it Wait for it Wait Wait Level 30 Das war jetzt irgendwie unlegendär gerade DERRY Hm Hm Ich habe den Moment verpasst Ähm Ja gut ich gehe kurz in never Farbe mich kurz mit ähm Ein paar Quarzresten Ich bin auch noch im Wetter Ich fahre mich kurz mit ein paar Quarzresten Level 30 Dann können wir beide enchanten okay Ich sag's immer wieder gerne aber es reicht dicke wenn man eine niedrigere Verzauerung nimmt Nur weil man Level 30 ist Das heißt nicht dass das besser wird Ja aber Die Wahrscheinlichkeit ist halt höher Glück hat man erst ab 30 Wirklich? Glück und ähm Das andere da Seit wann das alter Ich hab schon eine Glücksspitze auch mal auf Level 5 gekriegt gehabt Wat? Ja? Aber keine gute Glück 2 Alter Glück 2 Alter Glück 2 Ah Muss ich Shader wieder ausmachen oder wat Leck mich am Arsch Nee Kein Bock Ich bin jetzt renitent Aufmüpfig Assozial Assoziierend Okay ich mach die Shader aus Ähm Nicht mal 4 dann hab ich wieder nen Stack voll Noch 2 Netherrack Dann hab ich insgesamt 5 Stacks davon 2 Stacks Quarz Oh mein Gott Alter ich hab allein schon 6 Quarz gefarmt und äh oder mehr Den habt ihr mir alle weggenommen Weil ihr bauen wolltet Äh baut Nicht bauen wolltet Baut Daram Daram Ne? Daram 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 Alter Was soll dein Mongo Brauch ich nen Knopf in der Hand? Alter Was? Ich hab nen Knopf in der Hand gehabt Einen echten Ohne Scheiß Scheiß ich kann nicht mehr laufen Bin schon am verhungern Willst du essen? Nein 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 Ich bin ja gleich bei meiner Feste Bei meiner Feste und da ist ein Futter drin Okay Ah So Nils kommt wahrscheinlich nicht mehr Glaub ich auch nicht Der ist eingepennt Ja Heißt im Klartext Wir können jetzt offiziell mal irgendwas fappen gehen oder so weiter Oder ihn rauskicken und mal das machen Ne 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 Ja man muss schön dabei bleiben wenn wir hier schön uns einen abfreuen wenn wir gleich Flickspitzhacken haben Ja Vollkommen richtig So ich baue mich jetzt zu Quarz rüber und dann müsste ich dann gleich Level 30 sein Hoffentlich Äh Brauchtest du schon mal ne Silktouch Picke? Hä? Brauchtest du schon mal ne Silktouch Picke jetzt in Minecraft? Nöp Wieso? Weil ich eine hab Das sollte an die Frage Ja falls du eine brauchst kann ich dir gern meine geben Achso Durchtags bringt eigentlich nur was solange du keine Glücksspitzhack hast um Dierblöcke abzubauen und dann mit einer Glücksspitzhack die extrem gut verzaubert ist einmal rüber zu gehen und fertig Ja, aber ich würde es auch bei Redstone oder so machen. Also allgemein, wenn du irgendwas farmst. Das rentiert sich halt krass. Aber das weißt du ja. Ja. Weißt du, ich hasse es. Ich baue hier einmal ein bisschen den Boden hier in meiner Festung aus. Bei meiner Mine. Beim unteren Teil von meiner Burgsache. Und was ist? Wie schnell, warte, wie schnell ist wahrscheinlich mein Quarz wieder weg? Zu schnell. Viel zu schnell, Alter. Das ist so ein scheiß aufwendiges Material. Du brauchst Stunden, um das aufzufarmen. Naja, das ist jetzt eigentlich nicht. Also es geht ziemlich schnell. Ist halt nicht viel da. Also doch, eigentlich schon. Aber du musst halt suchen gehen. Ja, das ist das Problem. Das ist scheiß und dreck aufwendig, das zu farmen. Punkt. I mean, never gehen. Ich finde es jetzt nicht aufwendig. Ich finde es dafür, dass es so viel P gibt, finde ich es sogar ziemlich easy. Scheiß Gast. Ha! Bam! Ich habe ihn geone-hitted. Mann, ich brauche noch ein halbes Level. Komm schon. Gib's mir. Bitch. Ich bringe dir noch ein wenig extra Quarz mit, ne? Jupp, jupp, jupp. Bin ich, glaube ich, 31 sogar. Kann ich meinen Helm enchanten, wenn ich einen neuen neuen halte. Ah, kannst du mir einen Eisenhelm machen, schnell. Bis ich wieder hier, bis ich wieder da bin. Oh, man! Und vier Sticks mitbringen. So, Level 30. Kann er ihn sonst noch etwas bringen, mein Herr? Nein, ich spende dann die sechs Diamanten. Dann hast du nämlich auch mal eine Diamantspitzhacke. Ich habe schon eine Diamantspitzhacke, du Spacken! Dann hast du eine zweite. Dann besser. Also, jetzt habe ich acht Sticks sogar. So, I'm on the way. Äh, wolltest du mal was mit Potions machen? Äh, nee, vorher erstmal nicht. Ja, weil, wie gesagt, ich habe die Dinger ja... Benutzt du eigentlich die Endertruhe? Bis jetzt? Nein. Okay. Gut, kommst du mit? Äh, wirst'n du? Wirst'n du? Äh, Dörfchen. Achso, dann warte kurz, ich komme runter. Jetzt. Ja, 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 jetzt bin ich erst angekommen, meinte ich damit. Ja, 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 hetz mich nicht, hetz mich nicht. HETZ MICH NICHT! Ja, fest, was mich nicht hetzen! Ah! Hast du jetzt gehetzt zu werden? Das ist das Ekelhafte, was es gibt. Nöp. Oh mein Gott, zwei Spinnen! Sie werden mich töten! So, jetzt kriegen wir viel weniger Eier als vorher. Dafür haben wir jetzt... ...ziemlich viel Stuff, um... ...ne Weile lang... ...ja. ...Pfeile zu bauen, irgendwas mit Federn zu machen. Genau. Deine Mutter umzulegen. Hi! ...ne sehr lange Weile, meine Liste zu machen. Oh, ich leg noch kurz, äh, random Stuff ab und danach, äh, können wir sofort loslegen. Okay. Kannst du ja schon mal zum Enchant... äh, zum Enchant-ing-Dings-Teiler gehen? Ähm, wo? Ich überlecke, ich selber gerade, wo das ist. Ah, genau, ich weiß wo. Ähm, deiner Farm. Weißt du noch? Wir haben es in deine Farm gebaut. Äh, du hast einfach ohne meine Erlaubnis irgendwas gebaut und... ...wusst ich nicht... ...MIT deiner Erlaubnis. Wo? Ich hatte dich sogar gefragt. Ach, ein Untergrund hier unten rein. Ah, ist das schlecht hier unten. Schlecht! Pst, pst! Wasser! So, ähm, Helm hast du... Hier hinten wäre so schön Platz gewesen. Was macht er? Er baut nur unten was. Helm hast du, ne? Ja, Helm hab ich. Okay, gut. Womit her, da kriegst du einen. Hier, der hier. Warum krieg ich... Warum... Helm, warum dein? Nein. Ja, gib her. Gib da Putten her. Äh, lol. Crafting Table. Ne? Du meid! Da fehlt noch was. Äh, willst du craften oder... Oh, lol. Ja. Dann halt nicht. Du hast die Stickies. So, komm her. Wuhu, ein Schatten! Man... Witchet got a magic. Okay, ähm, Ladies first, ne? Glück 3, Effizienz 4. What the fuck? Zu Glücker, Lache, ey! Alter, gib's dir. Okay, jetzt ich. Mach's... Ne, mach du lieber ein Schwert. Mach du lieber ein, äh, ein Schwert oder sowas. Oder ein Bogen. Nein, ich will auch mal Glücksspitzhacke. Achso, ja, okay, dann mach das so. Ja, ich hab noch ein paar, wenn du willst. Alter, nice. Guck sie dir an. Willst du sie kurz angucken? Aaaaaaah! Oh, ein Scheiß. Behutsamkeit 1, Effizienz 3, Haltbarkeit 3. Scheiße. Guck dir, äh, gib dir die mal. Ah, da fehlt halt Haltbarkeit drauf. Das ist halt nervig. Ja, komm. Oh, lol. Zwei, wie? Oh, oh, oh. Schnell flüchten. Alex, komm, gib zurück oder klatsch in die, äh, in die Endertruhe. Schnell flüchten. Alex. Klapp in die Nacht hinein. Was machst du denn, du? Komm. Ich muss essen. Haust doch einfach in die Truhe, äh, oder gib mal, komm, gib zurück. What the fuck? Da ist ein Skelett töten. Aha! Meine Glücksspitzhacke. Haha. Hauptsache, du bist da, wenn wir sie brauchen. Ja, in der Endertruhe. Effizienz. Moment, gib mal, ich will kurz nutzen, ich will, äh, ich brauch Kohle. En masse. Heißt du, lass ich hol mir die schnell und baue mir ein bisschen Kohle ab. Wir haben zwei Picken, ne? Wir haben eine Behutsamkeit, Halbbarkeit, drei, Effizienz, ähm, vier und einmal Effizienz, drei. Nein, warte, warte, Alex, Alex, nimm die, nimm, ne, Alex, Alex, komm zurück. Hast du ein Glück drei? Oder irgendwas schlechteres? Ne, warte. Ach, komm mal her. Boah, Alter, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nein, das machen wir schön hier oben auf Land. Was los? Da, komm, du nimmst die und gibst mir deine. Ich brauch aber jetzt eine Glücksspitzhacke, du Spacken. Nein, du nimmst die mit Behutsamkeit einfach und dann machen wir das hier oben, ganz safe. Komm, gib mir doch die Picke einfach, das ist eh meine. Alex. Die wird schön brüderlich geteilt, Punkt. Ja, brüderlich, in deinem Safe. Ja, komm, war geil. Hauptsache, die ist in unserem Besitz. Oh, so lässt sich's meinen, Alter. Ja, denk dran, halt, Erze, ne? Äh, lol, die Melonen hängen irgendwie. Aber, Alter, endlich, weißt du, ich hab fünf Spitzhacken entscheidet. Muss ich halt echt so sagen, ne? Uh, da ist ein Loch und die wär fast reingefallen. Ist nur ne Behutsamkeit, Picke. Ich hab noch eine. Nur? Ich hab noch ne Picke. Noch ne Behutsamkeit, Picke. Weißt du, wir könnten die, weißt du was? Ähm, ich will mal kurz was testen. Was machst du? Wenn das jetzt funktioniert, was ich jetzt plane, ich will einfach nur mal versuchen, was rauskommt. Sag mal. Wüsst'n du. Was würde passieren, wenn wir die nehmen würden? Die Glück als Hauptding. Achso, die kannst du nicht zusammenkleben. Oh, wir könnten mit Glück drei, Effizienz fünf, Effizienz vier, Haltbarkeit drei. Mit 35, äh, Erfahrungspunkten könnten wir die zusammen machen. Nochmal ganz kurz. Was hat die? 35, Erfahrungspunkte, Krimine, Glück drei, Effizienz vier, Haltbarkeit drei, Spitzhacke. Äh. Das ist eine Behutsamkeit, ist mir in der Sekunde scheißegal. Heißt im Klartext, die Behutsamkeit, Spitzhacke wird so lange aufgebraucht, bis sie fast kaputt ist. Ähm, Alex. Kombiniert. Nimm lieber die Pickaxe dafür. Ist, äh, billiger. Kostet genau zu viel und wir hätten eine Effizienz fünf. Ja, siehst du, ist noch besser. Ja. Ja gut, dann, wie viel Level? 35 sogar. Ja gut, dann demnächst mal farmen, ne? Äh, cool, ich sag sogar zwei. Ja, die kannst du mir, kannst du mir eh die Glücksspitzhacke demnächst zurückgeben. Oder andere. Ich hatte nämlich vier Stück in meinem Safe drinne. What the fuck? Alex, du machst es vollkommen falsch. Du musst übereinander stellen, so einen Turm, und dann springst du runter. Das ist viel, viel lustiger, glaub mir. Ich hab da, ich hab da einen 100-Meter-Turm gebracht. Dann gib mir wieder die Wutsamkeit, Spitzhacke. Oh, jetzt kommt der an Hegenberg, der an Hegenberg. Ähm, mit, äh, dem Epic-Helden. Pfui! Was machst du da? Meine, meine, meine Keime! Gib, gib ohne Blöcke. Ah.